So, herzlich willkommen zurück heute mit nicht der Fourier-Transformation, sondern der diskreten Fourier-Transformation. Lasst mich trotzdem nochmal bitte kurz meinen Disclaimer sagen. Viele Leute suchen nach diesem Thema auf YouTube und erwarten mathematische Erklärungen. Ich beziehe mich hier auf die Signalverarbeitung, ein Thema in der Informatik. Das heißt, wir werden nicht so tief in die Analyse, in die Herleitung und so weiter und so fort gehen. Wir werden nur uns das rauspicken, was man wirklich zur Signalverarbeitung braucht, damit hier auch wirklich jeder mitkommen kann. So, jetzt nochmal ganz kurz erklärt, warum wir die diskrete Fourier-Transformation brauchen. Die nicht diskrete, also die normale Fourier-Transformation, die nimmt sich ein periodisches Signal, das hier, das Blaue, und nähert das dadurch unendlich viele Sinus- und Cosinus-Kurven an. So, daher kommt übrigens auch dieses E hoch minus I Omega T. Das ist quasi eine Art von Sinus, okay? Das will ich jetzt hier nicht weiter erklären, das hat aber was mit Sinus und Cosinus zu tun. Könnt ihr gerne in der höheren Mathematik mal irgendwann dann machen. Aber unser großes Problem ist hierbei, wir haben hier plötzlich keine wirkliche Funktion mehr, sondern wir haben nur noch einzelne Dirac-Stöße. Und das liegt einfach daran, dass unser PC nur Werte speichern kann und keine Kurven, weil meine Sprache ist natürlich nicht periodisch. Und um das im PC speichern zu können als Kurve, müsste ich irgendwie meine Sprache als Funktion modellieren. Und das kann ich nicht. Das heißt, ich muss hier einzelne Werte speichern im PC und darauf kann ich natürlich jetzt plötzlich keine Fourier-Transformation mehr machen, weil Integralrechnung funktioniert natürlich nicht bei einzelnen, unendlich dünnen Strichen. Und dazu brauche ich quasi eine kontinuierliche Funktion. Das heißt, eine Funktion, die nicht irgendwie abgehackt ist. So, das ist natürlich jetzt hier ein kleines Problem. Eben deswegen gibt es die diskrete Fourier-Transformation, die genau dafür eine Lösung schafft. Und die ist eigentlich relativ simpel. Wir nehmen uns diese wunderbaren kleinen Stöpsel und die Dirac-Stöße und summieren die einfach auf. Also wir machen jetzt keine Integralrechnung mehr, sondern wir summieren die Dinge auf. Und das machen wir nicht von minusunendlich bis plusunendlich, weil wir haben einfach auch keine unendlichen Werte. Das gibt es einfach nicht, sondern, also im PC gibt es das nicht. Es kann nicht unendlich viel in unserem PC gespeichert werden, weil, wie gesagt, wir haben eine Festplattengröße und die hat halt irgendwann ein Ende. Und wir können auch nicht von minusunendlich anfangen, weil wir nicht wissen, was da vorgekommen ist, sondern wir wissen nur, was gerade in diesem Moment, in diesem Signal ist. So, und deswegen machen wir hier auch einfach nur einen Sample-Wert. Das heißt, wir berechnen hier die Fourier-Transformation nicht unendlich groß, sondern eben nur auf einigen Samples. Und das machen wir eben von k gleich 0 bis n minus 1 mit n Samples, weil, ja, wenn wir bei 0 anfangen, dann müssen wir offensichtlich bis minus 1 gehen. So, und ja, dann summieren wir einfach auf, was das Signal an der jeweiligen, oder das Karte-Signal sozusagen abgibt. Erinnert euch, das sind einfach nur wirklich feste Werte und multiplizieren das dann mit e hoch minus 2pi n k. Also k ist das Ding hier, n ist die Anzahl und, ja, teilen das durch Groß-N und das gibt uns unser, ähm, unser wunderschönes Signal. So, wenn ich das jetzt nochmal kurz veranschaulichen darf, dann sieht das ungefähr so auf. Das heißt, ja, genau, wunderbar. Das heißt, wir haben hier plötzlich einige Werte einfach, die wir hier einfach nacheinander aufsummieren und das kommt dann einer Integralrechnung relativ nah, aber nicht komplett gleich natürlich. Also es ist mathematisch was völlig anderes, ob ich jetzt hier, ähm, aufsummiere oder eben Integralrechnung betreibe. Aber im Endeffekt sind die Informationen über die Frequenzen, die wir danach erlangen, dieselben. Das bedeutet, wir haben hier am Ende dann in x von i Omega stehen. Wenn wir da die jeweilige Frequenz reinpacken, wissen wir, wie, ähm, naja, ob jetzt starke Energie hinten dran ist hinter dieser Frequenz, also ob der Ton wirklich stark vorhanden ist oder ob er nur ein kleines bisschen vorhanden ist. So, und ja, so kann ich quasi mein Signal, also mein ganz normales Amplitudensignal in diesem Spektrum hier, äh, eben in dieser Amplitudendarstellung, kann ich in den Spektrumbereich umwandeln. Das heißt, ich weiß danach, wie viel Energie ist in den jeweiligen einzelnen Frequenzen drin und kann mir das anschaulich darstellen. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie zur Hölle kommen wir dann eigentlich wieder zurück? Das heißt, wenn wir diese, diese Frequenzdarstellung haben, ja, also dieses x von i Omega oder auch x von f, wie sollen wir dann eigentlich wieder unser Signal zurückberechnen? Und die Antwort ist relativ einfach. Witzigerweise gibt es eine inverse Fourier-Transformation, die quasi die Fourier-Transformation ist, nur mit einem kleinen Faktor vorne dran. Das heißt, ich mache im Endeffekt exakt dasselbe. Also ich summiere von k gleich 0 bis n minus 1 und jetzt summiere ich einfach nur über alle möglichen Frequenzen auf. So, und dann mache ich mal e hoch minus 2 pi n k durch n und das gibt mir dann wieder mein x, mein ganz normales Signal. Und das ist super, super geil, weil jetzt kann ich quasi hin und her switchen zwischen Spektrum und dem Frequenzbereich und dem normalen Amplitudenbereich und kann einfach so die ganze Zeit machen, was ich möchte sozusagen. Also mir beide Sachen direkt anschauen und die auch ineinander überführen und mir dann auch wieder meinen Ton anhören und so weiter und so fort, gerade wie ich es brauche. So, und ja, das ist eigentlich auch schon alles, wie wir das haben wollen. Das ist eigentlich so ziemlich das Wichtigste, was man für die Signalverarbeitung natürlich braucht, weil wir brauchen diesen Frequenzbereich, um danach eben zum Beispiel Machine Learning drauf zu machen, zum Beispiel irgendwelche Algorithmen drauf laufen zu lassen. Da brauchen wir wahrscheinlich beide Bereiche. Wie gesagt, das Ohr arbeitet auch mit Frequenzen. Gut, und ja, das war es von meiner Seite auch schon wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.